Jo Leute, MEGSTAR wieder am Start und heute zum Landwirtschaftssimulator 17. Und wir machen weiter von gestern. Wir werden weiter Ballen pressen. So, wir haben noch ein Schaufer. So. Und wir haben noch ein Schaufer. So. Und wir haben noch ein Schaufer. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn die Schaufer? Was ist denn die Schaufer? Das ist die Schaufer. Ich habe die Schaufer und die Schaufer. Ich bin hier. Dann. und dann... Diese Riese da ist sowieso fast ein bisschen bergenäht Ja das waren natürlich Ich empfehle, dass ich so viel verkaufen habe, deswegen habe ich jetzt noch ein paar gesorgt Ich habe mir schon mal überlegt, genau ob wir mal bei einer Folge mal was sonst haben, die Welt oder so noch kann man auch schnell diese Welt an wo man so einen Aussatz DLC mit DLC und zum Kaufen für den LS15 Sonst kann ich jetzt auch aber ein LS17 kann ich nicht nur wenn wir hier kommen Schatz 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 Ja, es ist ja nicht dein Mal, das ist Schatz 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 Na ja, es ist Langstens Schatz Schatz Ja, es ist ja Bu es ist ja Oh dann einen Schatz wirklich Ich würde mal sagen, wir holen mal Ich würde alle warten So Also da müssen wir hinten eigentlich nicht auspouren Also eigentlich müsste man das allgemein ja jetzt nicht tun Wenn eine Balle tot ist, dann müssen wir jetzt die Autos verschwinden So Ei, 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 das geht immer so ein bisschen eine Weile, dass wir beim Handeln sind Aber irgendwann muss man jetzt die Ballenwaffe holen So, wir haben neu nur 22 Uhr Ja, und das Wetter sieht ja jetzt gut aussehen Da kann man so eine schlechte Schau Das kann man bewegen So So Let's Ah Also wir werden natürlich vorsichtig fahren, wenn wir diesen Wagen voll haben Ich muss jetzt gerade überlegen, wie wir ihn am besten hinstellen Ja, der sieht schon cool aus Also ich überlege mir, ich glaube den behalten wir Also ähm Ich habe noch recht viel Arbeit Zum Zum da Geld verdienen Weil das ist ein bisschen scheisse jetzt, dass wir nur noch zwei Traktoren haben Ja Das ist ja Ja, also ich glaube, wir kommen da nicht so weit los weil sonst fallen die Fallen hinter so, bin wir halt so erst ab, es wird laufen können und raufladen ich schaue jetzt mal, ob es funktioniert Ei, ei, ei Ja, das ist nicht so einfach saa tun wir mal die nächsten alle aufladen So muss mich da eben ein bisschen konzentrieren da hier da hier hier nein oh nein Ja, nicht so einfach. Ja, ich glaube, ich tue sie nicht so. Ja, so ist es einfach. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein. Ich glaube, er ist eigentlich nicht. Warte, wir schauen mal um. Nein! Ich dachte, ich stosse sie noch ein bisschen. Oh! Ja, da. Ja. Ah, oh, okay. Ah, oh, okay. So, wir haben schon drei Ballen da oben. Ich will die auch noch. Komm, komm. So, dann wechseln wir weiter. So, jetzt kommen wir auf. So, jetzt kommen wir auf. So, jetzt kommen wir weiter. So, jetzt kommen wir weiter. So, jetzt kommen wir weiter. So, jetzt. So, jetzt kommen wir weiter. So, jetzt kommen wir weiter. So, jetzt sehen wir jetzt eigentlich nicht schlecht aus. So, jetzt kommen wir weiter. 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 Ja, das ist schon fast die nächste Balle. So, jetzt kommen wir weiter. So, jetzt kommen wir weiter. So, jetzt kommen wir weiter. So. Ah, da hinten habe ich das Fenster. Ich hoffe, es ist alles gut, es ist alles gut, es ist alles gut. Der Kettar und der Kettar und der Kettar und der Kettar. Der Kettar und der Kettar und der Kettar und der Kettar. Der Kettar und der Kettar und der Kettar und der Kettar. Der Kettar und der Kettar und der Kettar und der Kettar. Der Kettar und der Kettar und der Kettar und der Kettar. Der Kettar und der Kettar und der Kettar. Der Kettar und der Kettar und der Kettar. So. Also von innen sieht da ein bisschen alt aus, diese Träkka. Ein Radio, aber ich will jetzt kein Radio mehr. Wir wollen hier anschalten. Ich habe irgendwie Lust. Schauen wir aber zuerst mal, was für... Da könnte man nicht mehr denn. Warte, ich muss bei den Radio-Einstellungen... Hallo, wo kommt der Radio-Radio? Das war's. Was ist das? Hä? Egal, lassen wir ihn so. Also... Nicht Lautstärke. Ah, da! So was kommt nicht los. Hehehehe. So gut. Das war ein Eindruck. Wäre cool wenn da echt eine Disko-Musik kam. Ich finde aber gewiss, dass die Musik kommt. Das wäre schon mal ein bisschen geil. Ups. Oh, weiss ich bin... Ich bin so gut gewesen. Jetzt müssen wir die Ball fesse. Weil ich nicht gemerkt habe. Da die Ballen fesse gar nicht unten war. Dann haben wir einfach gemäht ohne dass die Ballen fesse unten war. Also das Pickup... Das Pickup war nicht spannend. Deswegen können wir hier keine Halle. Oh... Oh... So jetzt... So... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt! So! 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 Ja, ich habe ja einen Mann als Charakter, also als Spielführer, eigentlich. Ja, ich bei den anderen Wellen hätte ich vielleicht nicht. So! 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 Jetzt haben wir den Ballen! Ich enth высок afterward! Oh! Wir können es ja nachher befestigen, es gibt uns nicht davon, wie wir es hier rauf tun. So, dann haben wir so ein Irgendes, aber eigentlich schon nicht, wenn wir so Ballen rauf tun. So, dann haben wir so ein Irgendes, wenn wir so ein Irgendes haben, dass wir so ein Irgendes haben. So, dann haben wir so ein Irgendes, wenn wir so ein Irgendes haben. So, dann haben wir so ein Irgendes, wenn wir so ein Irgendes haben. Wir können sie aufeinander stapeln. Das wird ein bisschen eine kritische Sache. Kaufen wir mal diese Ballen. Warte schnell. So. Das sind alle. Jetzt mal aufladen. Nein, 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 nein. Ich will den Blut noch ein bisschen anlaufen. Dann schauen wir mal, wie viele es hier kommt. Weil ich möchte mir dann einen grösseren kaufen. Allen Wagen. Ich würde mal sagen, wir werden jetzt mal die Ballen abladen. Dann rennt ich mal ein bisschen vor uns mit. Ich würde mal aufladen. Oh. Ach. Ach, ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Sechs Siloballen und eine Strohballe. So, ich würde mal sagen, ich möchte das mal verkaufen. So, die Ladung ist befestigt, das ist doch mal gut. So. Wow, das geht ja, das geht ja schnell. So, und, ja, damit beende ich die Folge, ich muss jetzt noch schauen. Kann ich jetzt, ich habe eben die Tasten noch nicht geblieben, kann ich jetzt auch das Video stoppen? Also, wenn ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.